Ja, wir sind hier gerade in der Zukunft, das ist 2018, weil das ist nicht mehr Windsurfen, was wir hier sehen, das ist Vollwindsurfen. Und wir haben eigentlich nicht genügend Wind zum Normalwindsurfen, aber mit dem Voll ist das unglaublich. Und die Dudes, die sind da schon am Rumpfliegen. Voll der Wahnsinn! Wir haben 6-11 Knot auf der Startprope, alle Riders sind hier, die Flagge sind hier. Es war ziemlich cool, es ist ein langer Tag, wir beginnen mit dem Fall, mit zwei Rennen. Und es ist wirklich, wirklich gut zu fahren hier in Zilt. Die Temperaturen sind perfekt für Slalom. Jetzt ist es Sonne, es gibt viele Leute auf der Beach, es ist perfekt für eine erste Rennen. Also nein! H latte und Haaretz hat 2.0. Hä. Ihr könnt ihr euch zum Beispiel gucken. Mh und viel. D ihren Tag für 4.0. Diver 6.0. Diver 6.0. Diver 6.0. Vielen Dank.